Also wir bei Optimizely veranstalten regelmäßig Events. Wir haben in den vergangenen Jahren auch in verschiedenen Städten in Deutschland Events veranstaltet und was wir immer wieder als Feedback bekommen haben war, wir möchten gern tiefer einsteigen, wir möchten gern Optimizely in Aktion sehen, wir möchten mehr Tricks und Kniffe lernen, wir möchten gerne sehen, wie andere Unternehmen testen, wie sie Optimierung betreiben und wir haben jetzt dieses Format geschaffen, AB Insights zusammen mit unserem Partner tracken, um genau das zu bieten. Also alle User, die interessiert sind mehr zu lernen zu neuesten Testing-Strategien, neuesten Testing-Ansätzen, sind herzlich eingeladen zum Event zu kommen, sich auszutauschen mit anderen Usern und einfach dabei zu sein.